hallo leute herzlich willkommen beim moped sport heute aus recklinghausen die gehört dem jan das 125er april der rs mit rotax motor die ist offen hat 30 ps ist baujahr 2001 aber gehen mal ein bisschen näher ran hier schön die armaturen jetzt mal starten kerniger sound letzte zweitakt modell danach wurden nur noch vier takter gebaut wohl von april ja habe ich mir sagen lassen das mal wieder aus maschinen hat 20 119 kilometer gelaufen ist eine tetsuyo harada replika ein japanischer rennfahrer damals der auch auf april gefahren ist schon voll verkleidung die mächtige schwinge hinten ich wünsche euch noch einen schönen tag macht's gut